Max Intensity 2018 arbeitet das ungewöhnliche Künstlerkollektiv erstmals mit Akrobaten zusammen. Die Lässjörg-Kompanie aus Budapest schlüpft in verschiedene Rollen. Zum Beispiel in die Rolle von Archie, eines Zirkusartisten, der nach einem Sturz Unsterblichkeit erlangt. Die neue Show hat deshalb den zweideutigen Titel Immortal, Unsterblich bzw. Einmortal, ich bin sterblich. Akrobatische Elemente aus dem zeitgenössischen Zirkusreportler und Effekte der Mapping-Technik verbinden sich zu einer neuen, visuell überwältigenden Attraktion. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 UNTERTITELUNG 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 des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020